hallo leute und herzlich willkommen zurück bei gothic 2 so wir haben hier ein bisschen zweihänder aufgeklatscht die frage ist ob das gut ist oder nicht wir können sie ja für nichts anderes gebrauch der sich zu haus als könnte man da hoch schon mal ein bau so der schamane lebt noch jetzt nicht mehr so waffe weg dann hier er hat ja nicht mal zeit seine seine waffe hervor zu holen die frage ist wie weit geht das hier rein aus sicherheitsgründen wird schnell hier gespeichert dann wird mobiliert und zack so gut also die treffwahrscheinlichkeit ist eigentlich gut so mittlere wunden heilen perfekt da ist nicht so weg packen und weiter geht's da ist nichts zu holen jetzt aber seine waffe muss doch irgendwo hier liegen ja da was eigentlich auch nicht viel bringt das feuer können wir uns nichts anhaben oder okay zum glück haben wir zum glück haben wir vorhin gespeichert ja alphabla so so das ging schnell das ist noch wir haben sogar weniger schon erlitten als vorhin nein 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 ja ich hätte die waffe noch ja die rude noch nicht weggepackt so ja ja moment sind das pilze nur wurdlerfleisch aber besser als nichts als ich vorher nicht erkannt hatte und nicht gesehen hatte schon fast peinlich so und jetzt bam zwei treffer und der ist tot das könnte vielleicht zu viele sein Ich werde ein bisschen da vorne gehen und töten wir den da zuerst. So, ich kann gar nicht dazu, mich hier überhaupt anzugreifen. So, nachdem wir alle gesammelt haben, mitnehmen, hier alles mitnehmen und dann sind wir weiter. Okay, die hätten wir jetzt noch schnell hier einsammeln und hier dann speichern. Wir müssen es vertreiben, mal sehen. Okay. Gut, da ist es besser wirklich mit der Armbrust drauf zu ballern. Ah, verdammt. Verdammt. Mit der Gewohnenteilung. Gut, und jetzt nochmal. Waffe wechseln und... Okay. Meine Feuerresistenz ist leider nicht so hoch, wie ich es gerne hätte. So. Gut. Habe ich den zweiten schon gekillt? Ah, da ist drauf. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Gut, aber die... Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Okay. Hm. Nichts zu holen. Okay, gut. So. So, das Schwert. Alles mitnehmen. Nochmal ein Schwert. Gut. Ah. Wir treffen doch die ganze Zeit. Das ist ein Ork-Elite. So, zack, zack. Das ist wirklich zwar nicht, aber okay. So, jetzt können wir aber... Ah, okay. Der ist tot. Das war einfach. Toll. Mitnehmen. Weinen. So. Und dann das ganze Fleisch und Wein. Woher haben die eigentlich das Wein? Haben sie eine Kultur, wo sie das Wein anbauen? Oder sogar sein Weinrieben? Oder sogar Weinrieben? Die dann zuchten? Wäre interessant. Und Schinken. Zuchten sie Schweine? Oder haben sie das geklaut? Beine überfragen und keine Antworten. So. Antwort. Sehr gut. Okay. 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 Das war nicht beabsichtigt, aber gut. gut. So. Gespeichert. Wegpacken. Oh. Da ist nichts zu holen. Oberst. Okay. Nichts zu holen. Ein Tagebuch eintragen. Moment. Meine Mannschaft. Gerione hält sich sehr zurück. Bewundernswert seine Geduld. Immerhin ist er Kampfleger. Vielleicht kommt mir das hier noch zugute. Diese orkische Oberst ist eine verdammt harte Nuss. Irgendwo in seinem Thronsaal muss es doch weiter gehen. Das ist ein Thronsaal? Die Vermutung ist, dass hier irgendwo eine Fackel benutzt werden muss. Oder sogar mehrere. Er hat einen Schlüssel. Das ist schon mal etwas. Da ist nichts zu holen. Okay. Aus Sicherheitsgründen werden nochmal gespeichert. In dem nicht! Wie? Da ist's. Ah! 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 Ok! peter peter verräter endlich habe ich dich gefunden glaubt ja nicht nur weil ich dem chor der paladine angehöre lasse ich bei der gnade walten ich sollte dich gleich hier töten halte ein ich bitte dich sie haben mich verhext ich hätte doch niemals aus freiem willen das kloster innerst verraten du weißt ja gar nicht was ich die letzten tage durchgestanden habe sie haben mir diese stimme in den kopf gepflanzt ich konnte mich nicht dagegen wehren der orkische oberst hat mich tagelang verhört er hat mich ständig geschlagen verschone mich mich trifft keine schuld du musst mir glauben nimm mir nur einen grund warum ich dir das glauben sollte gar nichts muss ich werde dich jetzt töten erzähl mir was du weißt ein grund nimm mir nur einen grund warum ich dir glauben sollte lass mich leben ich kann dir auch informationen geben die dir helfen werden hier wieder herauszukommen du musst mich anhören gar nichts muss ich werde dich jetzt erzählen was du weißt erzähl mir was du weißt ja natürlich ich sag dir alles was du willst unter einer bedingung du musst mich von dieser verfluchten insel herunterschaffen hörst du gar nichts muss ich okay hier in ordnung folge mir ich bringe dich zum schiff ich danke dir du wirst es nicht bereuen die auf dem schiff können dann für den tod sorgen ich hoffe der ist direkt unten hinter uns normalerweise nichts zu plündern wenn die zurück bleiben bedeutet das sie haben irgendetwas bei sich nichts zu holen ein kleiner hinterhalt das war's mit ihr misst fies bescheuert der läuft einfach egal nichts zu holen nichts zu holen nichts zu holen wenigstens geben sie xp ok beef hat's geschafft was machst du hier oben verdammt du sollst auf das schiff aufpassen das geht schon nicht unter mann ok da ist nichts zu holen gut wo nochmal die wissen was sie da tun wie sind sie überhaupt aufs schiff gekommen wer erzählt denn so hey du ähm ich hab Pedro gefunden ich habe Pedro gefunden was? wo? hier auf der Insel? verdammt er ist aber auch wirklich unglaublich für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen das dachte ich mir hast du noch Tränke übrig? hast du ein paar Tränke übrig? solange der Vorrat reicht ähm was war es? nichts oder? ja ja hat nichts von Bedeutung Lester ok ok warte mal also ich brauche Tränke ok da sind wir müde müde? es geht schon danke da sind wir da sind wir ein stattliches Schiff hast du da du bist wahrlich ein großer Feldherr hör auf zu schwafeln erzähl mir was ich hören will ja natürlich womit soll ich beginnen müssen? ähm was war das mit den orkischen Ohren? woher welche Untute treibt sich noch auf dieser Insel herum wie komme ich ins Innere der Insel? ich habe genug gehört da fangen wir oben an wie war das mit dem orkischen Oberst? er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen jemals meine Heimat wiederzusehen seit ich hierher gekommen bin fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen wie auch verdammt ich bin ein Novize des Feuers der orkische Oberst ist tot der orkische Oberst ist tot tot? gepriesen sei Inners ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen ok welche Untruten treiben sich hier noch um? welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? oh Unholde tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle aber ich glaube sie machen sich bereit die Insel zu verlassen ok und wie komme ich ins Innere der Insel? wie komme ich ins Innere der Insel? es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts ich bin jedes Mal dort hingeschleppt worden wenn er mich verhören wollte da habe ich es gesehen einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt indem er an den Fackeln die in dem Saal an den Wänden hängen gezogen hat hm ich glaube er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen aber genau weiß ich das nicht mehr im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang der bis tief in den Berg hineinführt wo dieser Gang endet weiß ich nicht er hat nie ja ich habe genug gehört such dir einen Platz auf meinem Schiff ich habe noch einen Job zu erledigen möge die Macht Inneres dich begleiten ich werde für dich beten naja ich traue dem Typen nicht wirklich aber äh warte mal da kann man sich nicht drauf verlassen mich fragt ja keiner irgendwann muss das jetzt für den Fall dass er wirklich mit Magie gezwungen wurde lassen wir ihn mitkommen brauche dein Rat ich brauche dein Rat komm erst zu mir wenn du ein Problem hast das ich mit meiner Erfahrung lösen kann ach ja es wäre besser wenn du nicht alles was hier rumkriecht aufs Schiff lockst der Angriff der Orks war hoffentlich das letzte was ich hier abwehren musste ja ich brauche deine Hand ich brauche Munition ich brauche ich kann nicht ok der verkauft ich habe nur Munition gut wer nicht äh kommst du zurecht ich habe ein Stücker welche Waffen nur die besten ja ja nur die besten die bringen mir aber nix äh kommst du zurecht kommst du zurecht wenn die Orks nicht wiederkommen schon ok ok watrais äh lehre mich deine Fähigkeiten ich habe äh ah hier ich habe den Verräter Pedro gefunden dann bring ihn hierher aufs Schiff wir werden ihn der Gerichtsbarkeit von Corinis überantworten hey du gut äh ja verkaufen kannst du was brauchst so Alchemie Trank der Stärke Trank der Stärke zu wenig Rohstoffe gut und haben wir vielleicht zu wenig Rohstoffe ok so so das sollte reichen ok ähm wo waren wir wo waren wir das glaube ich niemand gut noch kurz mit den anderen draußen reden und dann geht's wieder rein so wen haben wir hier Lee hey du äh wie geht's meinem Schiff wie geht's meinem Schiff alles in Ordnung alles in Ordnung die elenden Orks sollen ruhig wiederkommen dann kriegen sie ihre nächste Abreibung alles im Griff alles im Griff noch so einen Ork Angriff werden wir nicht überleben also mach schnell dass wir hier wieder weg können ok auch du musst dich verdammt nochmal beeilen du musst dich verdammt nochmal beeilen der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten ich tue was ich kann das ist nicht genug dann helf mir dann helf mir und hör auf zu meckern das werde ich auch geh vor mach schon ok der kommt tatsächlich mit cool alles gut überstanden alles gut überstanden alles gut überstanden die Orks haben wirklich Mut sich mir entgegen zu stellen sie sollten es eigentlich besser wissen einen Taladin der königlichen Garde herauszufordern ja hier ich habe einen Ring der orkischen Kriegsherren ich vermute dass Lord Hagen damit etwas anfangen kann gib ihn mir ich werde ihn Lord Hagen überbringen ah ja hier hier hast du ihn danke ich schätze du hast sowieso keine Verwendung dafür dann hätte ich mir den anschauen sollen egal das ist sicher so einer von diesen Ringen die die anderen so oh irgendwo muss noch Marios sein oder? der war doch sonst immer Jogen ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf wo haben wir das letzte mal gespeichert? wo haben wir das letzte mal gespeichert? nichts zu holen so ja hier haben wir ja schon alle getötet wir könnten jetzt links aber zuerst wieder kurz nachsehen das hat mich gerade extrem gestört ich weiß nicht warum Ring Ring der Störke Moment ah ja Ring der Macht, Ring des Geschicks ok wo haben wir es? probierter Ring wir brauchen ja wir brauchen die 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 wüssig geschwächt ich erinnere mich an diesen ring er hat früher da war ein bug drin jetzt nicht mehr der hat früher also der bug hat eigentlich sorgt dafür dass wir 20 punkte stärker verlieren wenn wir es anlegen und wieder kriegen wenn wir es ausziehen aber früher der bug sorgte dafür dass zwar keine 20 punkte abgezogen wurde aber wenn man den ring abzug hat man 20 dazugekriegt ja das heißt man konnte sich somit stärker nach oben treiben ich habe aber nie verstanden für was genau der ring nicht so und sein sollte wir hatten so und speichern sollen so bevor wir weitermachen das haben wir aber was haben wir nicht hier die armbrust auf dem rücken hier anfangen aha ok tränke das kommt jetzt ein bisschen unerwartet aber gut haben wir spezialtränke also tränke die stärke oder so nach oben treiben 100 münzen bringt nicht viel links rechts 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 links 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 rechts wow das habe ich nicht erwartet hier ist ein grabstein ein paar kleinigkeiten ok nach genauer umschauen ist hier nichts mehr haben sie hier eingesperrt es scheint niemand an schwarze perle das gut ist wie ein bisschen rumgelaufen sind sonst hätten wir die nicht gekriegt und jetzt der verräter pedro wir kennen sie ja in ordnung folge mir gut also den weg haben sie behoben und den habe ich damals nicht denn also ich habe ihn entdeckt dass ich den ring angezogen haben und hieß du bist geschwächt denn ich habe die stärke nachgeschaut gesehen nichts verändert geschick gleich dann habe ich den ring ausgezogen und wieder angezogen dann ist es wieder du wurdest geschwächt wo ist der typ habe wieder nachgeschaut und gesehen hä ich habe jetzt 20 punkte mehr seltsam ausgezogen nachgeschaut 40 punkte mehr noch mal ausprobiert angezogen nichts ausgezogen 60 punkte mehr um sicher zu gehen habe ich es noch mal gemacht und noch mal und noch mal ich glaube ich hätte damals über 200 stärke oder so und wozu geier ist der und jetzt sollte der direkt hinter uns sein ich würde sagen das war's für diese folge also liebe leute bis zum nächsten mal tschau tschau